Hallo und herzlich willkommen. Ich bin heute zum ersten Mal in YouTube. Und das, ich spüre heute, also jeden Tag kommt GTA Online und morgen kommt FIFA. Deswegen. Und nächste Woche werde ich was anderes noch zocken, was so, da kommt GTA Online online, also jeden Tag. FIFA 13 an der drei Tage und das andere an der zwei Tage. Also das jeden Tag was rauskommt. Aber heute kommt erst mal nur das. Vielleicht seht ihr ja, wie viel Geld ich habe. Ähm, alle Fälle, ähm, möchte ich euch schon Bescheid sagen. Zehn Abos, also nicht reißblieben, sondern aufnehmen, zwei Stunden. Und dann 100, ähm, dann mache ich, mache ich, ähm, den ganzen Tag. Und, ähm, alle Fälle, meist dann um 13 Uhr meist noch eine Folge, wo ich nochmal aufnehme und schneide und so. Und da nehme ich dann so circa eine halbe Stunde auf. Wird bestimmt auch viel Spaß machen und so. Obwohl es nicht ernst freund, das ist GTA 5, oft gibt es 3, der Portfolio ist eh kaputt, ich hab nur einen Ansatz. Alle Fälle zeige ich euch erst mal die Garage. In 13 Uhr kommt Dick Merch, Überlebenskampf und alles drum und dran. Dann hört ihr euch sehen, wie gut ich bin, so schlecht. Ihr könnt euch hinschreiben, wo ich herkomme, Kommentare, wo ich mich freu und Abos sowieso. Ich brauche nicht fragen, wie so alle die Orangen sind. Sie sind halt die teuersten, ich sage, oh, nur die teuersten. Ich muss eh jetzt hinschreiben bestellen. Könnt ihr mal zugucken, wie es bei mir schnell geht. Wo waren diejenigen, die so teuer ist, aber die ich nicht kenne? Das war Club Dick Karel, oder? Ja, ich kenne mich ohne so gut aus bei GTA, weil ich bin ohne so ein Profi dahin. Bitte mach doch mal die Karre. Wenn ich nun weiß, bestellen. Weil ich muss oft kein Mittagessen, das ist bloß so eine kurze Reinschau, dass ihr auch kommentieren könnt, wie alt ich bin und so. Das könnte ich euch jetzt schon sagen. Ich bin schon 13 erst, bin krank bis Montag. Deswegen ist meine Stimmung aber ein bisschen tiefer. Und alle Fälle, wo ich mich prünkt, über Apos, kommentieren und so. Und alle Fälle mache ich dann bei meinem anderen Charakter. Ich habe jetzt hier eine Frau. Der will nur 40, der will nur 50. Und dann nehme ich ja auf, um 13 Uhr, weil ich so eine halbe Stunde aufnehme. Und dann, wenn es so viel zu ist, nehme ich vielleicht doch mal auf. Es kommt pro Tag zwei oder in der Folge raus. Ich weiß immer nie, wie viel Zeit ich habe, weil ich ja auch viel vorhabe. Und hinter Musik kommt auch noch in der nächsten Folge. Weil das ja bloß eine kurze Folge ist. Deswegen könnt ihr es noch mal so angucken. Und das war es von meiner kleinen Schreibung. Ihr könnt unten schreiben, ob ich Deutscher bin, Polo oder was auch immer. Ich wohne euch bloß nie raten. Russinnen zu schreiben, das ist nicht so gut für mich. Ich bin für ein Russe, weil ich in Polen bin und ein Deutscher. Deswegen wurde ich in Polen geboren und lebe jetzt aber in Deutschland. Und ich sehe gerade, dass ein Freund von mir ist in der Sitzung. Und da kann ich vielleicht euch auch zeigen, wo er ist. Das ist nämlich der dort oben. Das ist mein bester Freund, den ich kenne. Er kann Englisch, ich kann ja auch Englisch. Und der ist gerade jetzt aus der Sitzung rausgegangen, weil er einen Job gemacht hat. Wie alle meinen Gruner mal fragen. Wenn sie in Apos sind, doch damit so gut tut. Eigentlich mag der das nie. Und ciao mit V. Ciao. Hallo und herzlich willkommen. Ich bin heute zum ersten Mal in YouTube. Und das, ich bin heute, also jeden Tag kommt GTA Online und morgen kommt FIFA. Deswegen. Und nächste Woche werde ich was anderes noch zocken, was so, da kommt GTA Online online, also jeden Tag. FIFA 13 alle drei Tage und das andere alle zwei Tage, also das jeden Tag was rauskommt. Aber es kommt erst mal nur das. Vielleicht seht ihr ja, wie viel Geld ich habe. Alle Fälle, möchte ich euch schon Bescheid sagen, 10 Abos, also 30 Minuten, sondern aufnehmen, 12 Stunden. Und dann 100, dann mache ich den ganzen Tag. Und, ähm, alle Fälle, meist dann um 13 Uhr meistens noch eine Folge, wo ich nochmal aufnehme und schneide und so. Und da nehme ich dann so circa eine halbe Stunde auf. Wird bestimmt auch viel Spaß machen und so. Obwohl es nicht ernst freuen, dass es geht ja fünf, oft gibt es drei. Der Portfolio ist eh kaputt, ich hab nur einen Ansatz. Alle Fälle zeige ich euch erst mal die Garage. In 13 Uhr kommt Dick Merch, Überlebenskampf und alles drum und dran. Ein Hörlidio sehen, wie gut ich bin, so schlecht. Ihr könnt auch hinschreiben, wo ich herkomme. Kommentare, wo ich dich freue und ein Abo sowieso. Braucht nicht fragen, wie soll ich die Orange sind. Sind halt die teuersten, ist auch nur die teuersten. Ich muss eh jetzt eins bestellen. Könnt ihr mal zugucken, wie es bei mir schon geht. Wo waren die jene Karne, die so teuer ist, aber die ich nicht kenne? Das war Club Dick Karne. Ich kenne mich auch nicht so gut aus bei GTA. Ich bin irgendwie so ein Profi dahin. Ich nehme einfach mal Dick Karne. Weil ich muss auch kein Mittagessen. Das ist bloß so eine kurze Reinschau. Hast du auch kommentieren können, wie alt ich bin und so. Das könnte ich euch jetzt schon sagen. Ich bin schon 13 erst. Bin krank bis Montag. Deswegen ist meine Stimmung aber ein bisschen tiefer. Deswegen. Und alle Fälle hole ich den Sprint über Abos, kommentieren und so. Und alle Fälle mache ich dann bei meinem anderen Charakter. Ich habe jetzt hier eine Frau, der will nur 40, dann der will 50. Und dann nehme ich ja auf und 13 Uhr, weil ich so eine halbe Stunde aufnehme. Und dann, wenn es so viel zu ist, nehme ich vielleicht doch mal auf. Es kommt pro Tag zwei oder in der Folge raus. Ich will es immer nie, wie viel Zeit ich habe, weil ich hier auch viel vorhabe. Und hinter Musik kommt auch noch in der nächsten Folge. Weil das ist ja bloß eine kurze Folge. Und deswegen könnt ihr es noch mal so angucken. So ein bisschen. Ähm, alle Fälle wurden. Und das war es von meiner kleinen, ähm, Schreibung. Ähm, ihr könnt ruhig, ähm, schreiben. Ob ich deutscher bin, Polar, also Polar oder was auch immer. Ich wohne euch bloß die harten Russinnen zu schreiben. Das ist nicht so gut für mich. Ich bin kein Russer, weil ich ein Pole bin und ein Deutscher. Deswegen. Ich wohne in Polen geboren und lebe jetzt aber in Deutschland. Deswegen. Und ich sehe gerade, dass ein Freund von mir ist in der Sitzung. Und da kann ich vielleicht euch auch zeigen, wo er ist. Das ist nämlich der dort oben. Das ist mein bester Freund, den ich kenne. Er kann Englisch, ich kann ja O-Englisch, das ist ja wohl klar. Und der ist gerade jetzt aus dieser Sitzung rausgegangen, weil er einen Job gemacht hat. Ähm, wir alle meinen Kohl am Anfang. Wenn sie in Apos sind, doch damit so gut tut. Eigentlich mag der das nie. Und ciao mit V. Ciao. Hallo, und da sind wir auch wieder zurück. Es gab jetzt einen Sturzfehler. Die ganzen, also die ganzen 30 Minuten haben wir umsonst. Das ist jetzt alles futsch. Und da mache ich jetzt nur 10 Minuten. Werden oben was machen hier. Umfahren, blöden, abschießen, wie ein Sitzchen wird. Wird dir auch bestimmt Spaß machen. Die ersten Challenge ist... Auch das klappen. Tut anders, dann in die Luft zu sprengen. Alle Fälle, es klappt. Nee, ich war's sogar nur 5 Minuten, weil ich dann nochmal aufnehmen tue. Und das ist dann 30 Minuten. Und so. Das fehlt. Das ist dann nochmal, dass man so... Halt mal ein bisschen kurz. Ja, Entschuldigung, wenn ich Bollen am Hals habe, das wahrscheinlich nicht macht. Wenn ich rauskomme, muss ich das. Oh, wir fällen hier nur noch... 8700... 8700 RP. Tja, hallo. Und da sind wir auch wieder zurück. Es gab jetzt einen Sturzfehler. die ganze, also die ganzen 30 Minuten machen umsonst, das ist jetzt alles futsch und da mache ich jetzt nur 10 Minuten, werden irgendwas machen hier, umfahren, blöden, abschießen, wie ein Sektchen, so, wird dir auch bestimmt Spaß machen, die ersten Challenge ist, alles, auch das klappt nicht, tut es anders, dann in die Luft zu sprengen, alle Fälle, es klappt, nee, ich mache es sogar nur 5 Minuten, weil ich dann nochmal auf Leben tue und das ist dann 30 Minuten, umsonst, das fehlt, ich muss ihn machen, dass man so, heute mal ein bisschen kurz, ja, Entschuldigung, wenn ich Bullen am Hals habe, das wahrscheinlich nicht macht, wenn ich Auto brauche, muss ich das, oh, wir gehen hier nur noch, 8700 RP, ciao!